So, da sind wir wieder. Testkammer 1, Raum Nummer 2. Jetzt mal hier bei 2, wer hier schön sehen kann. Genau, immer schön. Spam du da mal. Die auf die 2. Achso, stimmt ja, du musst da. Genau, mach's uff. Blup blup blup, komm! Ääääh, ich muss doch da erst durch du, Olle. Dann mach dein hellblaues jetzt dahinter. Mach mal einfach noch mal auf. Mach dein hellblaues an. Mach auf! Mach noch mal auf. Warum kann man sich nicht nach links setzen? Ist doch langweilig. Da, lauf. So. Tada. Gut. Weiter geht's. Ja. Ich nehm die Seite. Stopp. Wir starten. Genau. Blup. Mach deinen countdown. Geht nicht. Ah jetzt. Wie geht nicht? Drei, zwei, eins. Geht nicht. Meins, 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 meins. Die... nein! Gib mir die, gib mir die. Nein, 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 halt so! Meins! Ne. Dann nehm ich mir die Kugel. Oh Mann! Gib mir meinen Kopf wieder! Mann ey! Aua! So. Also ihr seht schon die ganzen Gesten hier. Ähm. Eigentlich ist es nur ne ganz, ganz pfiffige Sache. Finde ich richtig cool gemacht in dem Spiel. Aber... Ja, wir haben uns wie gesagt schon das Spiel einmal durch. Deswegen haben wir die ganzen Gesten schon freigeschaltet. Normalerweise dauert das ein bisschen. Hehehehe. Ey, ich kann auch ne Ball balancieren. Ah! Jetzt hab ich gerade ne... Wir haben beide verloren. Wir können bei Schnicksack Schnuck beide verlieren. Das hab ich noch nicht verstanden. Ja. Haha, okay. Ach, wobei bestimmt das gleiche einfach nur ausgewählt dann. Ja. Ja, haben wir doch schon gesehen. Aber warum man sich dann ärgert. Genau, dann hält mir die nächste Testkammer durch. Und... Ja, sehen wir uns in der nächsten Testkammer. Ja. Haut dann rein. Genau. Du tanzt nochmal so ins Ende rein. Hehehehe. Bis dann!